Die Heiligen Drei Könige sind wieder unterwegs, in Jennersdorf mit 18 Gruppen. Es wird wieder spannend und lustig. Besonders freuen wir uns auch auf das Sternsinger-Treffen. Wir laden alle budenländischen Sternsinger nach Jennersdorf ein, am Samstag, den 12. Jänner 2013, um 10 Uhr. Meldet euch im Büro in Eisenstadt an. Die Jennersdorfer werden euch einen königlichen Empfang bereiten.